Freunde, wir können jetzt endlich über die Spoiler sprechen. Also, Kapitel 1122 hat einiges zu bieten. Es ist, zwar nicht ganz offiziell, aber zumindest für uns das letzte Egghead-Kapitel. Normalerweise sind die offiziellen Arks nicht so ganz fließend, sie haben einen gewissen Punkt, wo sie anfangen und aufhören. Deswegen, haben wir erstmal das Größte hinter uns, mit dem, dass wir die Insel verlassen? Wir werden trotzdem nochmal ein kleines Postgen bekommen und erst danach beginnt der richtige nächste Arc. Was aber absolut den Rahmen gesprengt hat, ist wirklich diese Sache mit Joy Boy. Es ist nämlich nicht nur so, dass er es geschafft hat, durch Emmett, sein Haki zu entfalten, sondern wir haben sogar seine Silhouette gesehen. Diesmal sogar alles etwas detaillierter und nicht so simpel wie beim letzten Mal. Wie ihr also merkt, gibt es einiges zu besprechen, Freunde. Wie immer ist die Quelle ganz oben in der Beschreibung verlinkt und wir nehmen uns das Ganze jetzt mal unter die Lupe. Damit ihr auch weiterhin immer auf den Laufenden bleibt, vergesst sich ein Abo und Like da zu lassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. Wie immer gehen wir auch heute mal wieder chronologisch vor. Also, eine richtige Cover-Story gibt es diesmal nicht. Yamatos Abenteuer auf Wano hat wieder mal eine kleine Pause. Oder hat ein Smoker-Cover gezeichnet und im Grunde hat er damit den Ehrenmann springen lassen. Und warum Ehrenmann? Naja, aus dem Grund, weil die Serie My Hero Academia, besser gesagt der Manga von My Hero Academia, zu Ende gegangen ist. Der Autor Horikoshi ist zum Beispiel auch ein extrem großer One Piece Fan gewesen. Jetzt kommt die Parallele, er hat sogar selber ein Smoker-Fanart eingereicht. Das wurde in der SPS sogar von Oda benutzt. Dementsprechend ist dieses gezeichnete Smoker-Cover eine direkte Parallele dazu. Jetzt geht es aber ans Main-Geschehen. Also erstmal alles beim Alten, hier steht, Emmett kämpft gegen alle 5 Weisen. Und da frage ich mich direkt, sind wirklich alle mit am Start? Das heißt, Saturn, der augenscheinlich ins Wasser geschmissen wurde? Marcus Mars, der kilometerweit irgendwo hin in die Atmosphäre weggeschleudert wurde? Oder ist damit gemeint, dass es eigentlich nur die verbleibenden 3 sind? Dieses mehr oder weniger kleine Detail werden wir aber wahrscheinlich erst erfahren, wenn auch wirklich die Roars draußen sind. Was aber richtig interessant ist, ist natürlich der Teil, dass auf einmal Joy Boy sein Haki entfaltet. Also, es ist nämlich so, Emmett wollte ja die ganze Zeit was benutzen. Er hat darauf gewartet, dass die Zeit reif ist und damit war wirklich eigentlich ein großer Haki-Angriff gemeint. So wie es hier steht, schwarz auf weiß, hat Joy Boy sein Haki irgendwie in Emmett versiegelt. Damit war also Emmett in der Lage, diese Kraft ganz frei nach Schnauze zu nutzen. Wir haben aber enorm viele Fragezeichen. Erstens, was genau hat dieser Angriff jetzt bewirkt? Steht nicht in den Spoilern drin. Und zweitens, wie um alles in der Welt ist überhaupt sowas möglich? Haki ist eigentlich die Manifestierung des eigenen Willen. Man muss zwar nicht die ganze Zeit in Kontakt mit irgendwas stehen, ich meine Projektile kann man auch zum Beispiel mit Haki infusen. Das Ding ist aber, Joy Boy wurde uns als ein toter Mann dargestellt. Eine Person, die den Krieg verloren und auch seine Zeit schon lange hinter sich gebracht hat. Und im Grunde kann dieses Haki-Zeug auch nur drei Dinge für mich bedeuten. Entweder Joy Boy ist tatsächlich Haki-Technisch so krass drauf, dass er tatsächlich in der Lage ist, für immer in irgendwelchen Sachen zu speichern. Oder die antike Technologie, die in Emmett steckt, sprengt jegliche Vorstellungen und es ist weitaus krasser, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber nochmal als letzte Möglichkeit. Was wäre denn, wenn Joy Boy vielleicht doch am Leben ist? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten und nur eine davon ist auch wirklich theoretisch logisch. Also Möglichkeit Nummer 1, er wurde mit der Zeitfrucht in die Zukunft geschickt. Wir konnten sehen, dass er von sich selber Haki ablösen konnte. Warum denn nicht auch seine Teufelskraft? Oder doch, Möglichkeit Nummer 2, er hat das alles aus eigenem Antrieb geschafft. Und ja, ich verstehe, an sich ist das ein sehr stark sensibles Thema. Hinweise gibt es jetzt nicht allzu viele. Ich habe mich aber schon mit meinem Kollegen Kage auch schon mal drüber unterhalten. Es ist einfach extrem merkwürdig. Haki ist jetzt keine elektrische Energie oder so, die man jetzt unbedingt in einem Akku speichern kann. Klar gibt es Sachen, Gegenstände und Fähigkeiten, die den Nutzer schwächen oder auch sein Haki entziehen. Es ist dann aber immer eine Momentaufnahme und nicht ungefähr 1000 Jahre, in denen so ziemlich die mächtigste Haki-Fähigkeit überhaupt einfach so schlummert. Aber egal, zu dieser Sache bin ich auch natürlich auf eure Idee gespannt. Wie das alles überhaupt möglich ist und was es tatsächlich damit auf sich hat. Der nächste Punkt ist aber der, auf den die Leute schon so lange gewartet haben. Ackett ist vorbei und die Strohhüte segeln endlich weg. Detailliert ist das alles natürlich nicht ausgeschrieben. Wir können aber davon ausgehen, dass alle mit dabei sind. Lilith, die Riesen und natürlich alle Leute von der Sunny. Stassi haut sehr wahrscheinlich auf eigene Faust ab. Und die Weltregierungs- als auch Marieneinheiten machen auch sehr wahrscheinlich ihr eigenes Ding. Der gewaltige Haki-Angriff war bestimmt gut genug, um alle Gegner entweder auszunocken oder zumindest vom Gegenangriff abzuhalten. Dadurch hat sich dann eben sehr wahrscheinlich dieser Zeitraum ermöglicht und so konnten dann auch die Strohhüte fliehen. Den ganz heißen Staff mit Informationen rund um die Welt, die Zeitung und natürlich auch Kopfgelder, können wir dann aber sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst im nächsten Kapitel erwarten. Jetzt ist wirklich erstmal nur die Abreise Thema und dabei bleibt es auch sehr wahrscheinlich so. Weil aber die Strohhüte abreißen, ist es mehr oder weniger offiziell. Emmett wurde zurückgelassen. Mit anderen Worten, es ist sehr wahrscheinlich, dass er von den 5 Weisen, von den restlichen 5 Weisen zerstört wird. Die 5 Weisen sind bis jetzt unsterblich. Sie sind eine absolute Übermacht. Emmett ist schon angeschlagen. Und dieser Angriff schien eher für mich so wie eine Einwegnummer. Und wenn wir tatsächlich dann auch sein Ende sehen, wird es auch Sinn ergeben. Jedenfalls für mich, dass wir dann die Silhouette von Joy Boy sehen. So mäßig nach dem Thema die letzte Erinnerung an ihn. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch einen Satz droppt oder so. Wäre vielleicht echt cool. Wir werden aber wirklich etwas detaillierter sehen können, was Joy Boy für ein Kerl ist. In der Vergangenheit haben wir schon mal eine sehr kleine Silhouette bekommen, wie Joy Boy als Sonnengott aussieht. Das Ding ist aber, es hat so ziemlich gar nichts ausgesagt und im Grunde sah er auch nur genauso aus wie Ruffy. Ich bin aber wirklich gespannt. Zur Fischmenscheninselzeit gab es ja auch zum Beispiel eine Silhouette. Und dort hat man ja auch schon gesagt, das könnte vielleicht Joy Boy gewesen sein. Eine ziemlich groß gewachsene Figur, die im Grunde eigentlich aussieht wie Shanks. Mit sowas wie einem Mantel und etwas längeren Haaren. Ich könnte mir sogar folgendes vorstellen und da müsst ihr mir auch kurz zuhören. Ich könnte mir vorstellen, dass Joy Boy auch so ungefähr aussieht wie beide, also Ruffy und Shanks. Der erwachsene Ruffy. Der Ruffy, der das Ende seiner Reise erlebt hat, der Piratenkönig geworden ist, wird normalerweise von Oda so gezeichnet, als ob er sich, aussehend technisch, etwas am Shanks angelehnt hat. Mit Sachen wie den längeren Haaren, aber auch den angehenden Bartfuchs. Deswegen Freunde, mal schauen was es sein wird. Im Grunde bin ich für alles offen. Also wie immer, einfach nur abwarten, was uns Oda so schönes zaubert. Damit sind wir auch zum letzten Punkt der Spoiler angekommen. Nämlich einer, der etwas nachträglich dazugekommen ist. Und zwar sind ganz offiziell auch die Fünf Weisen wieder zurück. Sie befinden sich erneut im Mirageur, wie immer in ihrem Autoritätsraum. Naja, das stimmt aber nicht so ganz. Denn einer der Fünf Weisen ist auf jeden Fall nicht mit am Start. Und zwar, wer hätte es gedacht? Saturn. Es ist so ziemlich die dümmste Aktion, die man überhaupt machen hätte können. Mir persönlich ist jetzt auch eigentlich gar nicht klar, woran das überhaupt liegt. Ist Saturn ins Wasser gefallen und kommt nicht mehr raus? Oder wurde ihm nochmal eine Aufgabe aufgetragen, die noch nicht ganz zu Ende gebracht wurde? Vielleicht irgendwas in der Richtung der Mutterflamme. Nichtsdestotrotz, warum das Ganze überhaupt ein dummer Move ist. Wie bestimmt bis jetzt jeder weiß, kann Katharina Devon ja mittlerweile das Aussehen von Saturn annehmen. Und wenn man nicht zu 100% weiß, wer wirklich von ihnen das Original ist, gibt es ein extrem großes Problem. Blackbeard kann seine Pläne viel leichter in die Realität umsetzen. Und im Grunde ist dadurch Saturn und jeder andere der Fünf Weisen ziemlich dämlich. Ich hoffe wirklich, inständig, dass es nicht so dämlich wird, wie ich es mir vorstelle. Ich habe aber trotzdem so eine kleine Vorahnung. Und das einzige, was ich mir wünschen könnte, ist, dass man es hoffentlich extrem schnell bemerkt, dass Katharina Devon ein Fake ist und dem Ganzen ein Ende setzt. Das war es aber auch insgesamt zum Spoiler-Talk. Es gibt keine Informationen darüber, ob Vegapunks Rede zu Ende ist, ob sie vielleicht nochmal weitergeht oder so. Und insgesamt können wir auch nur sehr viel Spekulationen mit einfließen lassen. Jetzt seid aber ihr dran und ich bin echt gespannt, wie eure Meinung zu diesem ganzen Geschehen aussieht. Was genau hat es eurer Meinung nach mit Joyboy so eigentlich auf sich? Und wie dämlich war eigentlich der Move von den Fünf Weisen? Selbstverständlich, falls sich noch irgendwelche Spoiler-Ergänzungen ergeben, schreibe ich sie natürlich noch unten mit in die Kommentare rein. Das war es aber auch insgesamt. Wenn euch so ein Unbeast-Content gefällt, vergesst euch ein Abo da zu lassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!